Unser Werbe des Tages. Ich habe es gerade geturnt. Wie ihr mir anmerkt, besteht aus fünf Runden auf Zeit. Time-Capt 20 Minuten. In den fünf Runden macht ihr zehn V-Ups, 20 Lunges, ob nach vorne oder hinten ist euch überlassen, dann wieder zehn V-Up, 20 Lunges und 30 Dumbbell oder Cadabal Snatch. Alternierend vom Boden. Das war eine Runde und davon fünf Runden. Ich wiederhole es nochmal. Jede Runde besteht aus zehn V-Ups, 20 Lunges, nochmal zehn V-Ups, 20 Lunges und dann erst die 30 Cadabal Dumbbell Snatch. Alternierend, also wir wechseln nach jeder Wiederholung vom Boden. Ich habe jetzt 17, so habe ich 27 gebraucht, mit einer 22,5 Dumbbell. Das wäre auch das Rx-Gewicht. 22,5 beziehungsweise 15 Kilo für die Frauen und Cadabal 24 zu 16. Dann wünsche ich euch viel Spaß. Gebt's Gas. Haut's ordentlich rein und gebt's Gas. Euer Ochen. Okay, gleich geht's los. 10 Sekunden 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 geht's los. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.